Der andere ist optimistisch. Wir haben den deutschen Verloren gehabt, wo wir noch 7 mal in den Team gehabt haben. Haha, ich bin da für Dead Shots. Wenn das da jemand gut richtig knallt, haben wir voll den Hinterkopf hin, gell? Ja, plant plant. Wir dürfen nicht zuerst nicht davor gewinnen. Ich schau, das kann auf der Hinterkopf. Ich schau, ich bin hinter der Fässer. Oh, ich überstoß. Also. Also.